Was geht ab Leute, Zane ist wieder da mit einer neuen Theorie und zwar die wahre Verbindung zwischen Kuma und Bonnie. Los geht's. Kuma war der König des Sorbet Königreichs. Nun gibt es ja momentan die fixen Ideen, dass Bonnie die Mutter von Kuma sein könnte, da sie als Königin Connie im Mary Joisee auftrat. Dies halte ich aber für eher unwahrscheinlich. Dafür war ihre Reaktion auf Kuma nicht stark genug. Da heulte sie deutlich mehr auf Marineford als Ace bzw. Whitebeard starben. Aber irgendeine Verbindung müssen sie erhaben, sonst würde sie keine Tränen vergießen. Wie wir wissen war Bonnie eine Zeitlang im Mary Joisee. Vermutlich aufgrund ihrer Teufelsfrucht bis sie irgendwann entkam. Hier könnte sie des öfteren auf Kuma getroffen sein, denn immerhin war auch dieser öfters vor Ort. Wie wir nämlich wissen war er ein wissenschaftliches Projekt von Dr. Vegapunk, denn dieser baute ihn in einen Cyborg um. Da ich davon ausgehe, dass sein Labor sich ebenfalls auf Mary Joisee befindet, besteht zumindest die Möglichkeit. Wie wir ebenfalls wissen war dieser Prozess ein langwieriger, sein Körper wurde nicht komplett auf einmal verändert, sondern ein Teil nach dem anderen. Das heißt Kuma hat sowohl die Möglichkeit als auch die Zeit gehabt auf Bonnie zu treffen. Möglicherweise war Kuma sowas wie ein Ansprechpartner für die kleine Bonnie. Er half ihr über ihre schwere Zeit dort hinweg. Sozusagen ein kleiner Ersatzpapa. Vielleicht hat Oda seine Kraft deshalb auch Tatzenfrucht genannt. Einfach für die Assoziation mit einem Bären. Ich fand den Namen nämlich schon immer etwas seltsam für seine Art von Kraft die er hat. Aber kleine Mädchen brauchen ihren Kuschelteddy wenn sie traurig sind. Deshalb hat sich Kuma auch irgendwann Bärenohren auf seine Mütze gesteckt. Er war Bonnies Kuschelteddy. Deshalb hatte sie zwar Tränen in den Augen, ist aber nicht direkt zusammengebrochen vor Emotionen, denn sie hielt ihn nicht für einen Verwandten, sondern für einen Freund und ihren Retter. Im letzten Kapitel nannte Sabo Kuma den freundlichen Kuma und dieser konnte möglicherweise Bonnies Situation nicht mehr ertragen. Aber mit seiner Teufelsfrucht hatte er die perfekte Lösung. Er konnte Bonnie weit weit weg schicken ohne dass die Weltregierung merken würde wer hinter dieser Tat steckt oder wo sich Bonnie befindet. So das war jetzt mal der erste Teil dieser Theorie. Genau hier an dieser Stelle wenn man so enden würde könnte man das ganze schon als Theorie stehen lassen. Aber ich wäre nicht ich wenn ich das ganze nicht noch etwas weiter gesponnen hätte. Aber falls euch der zweite Part nicht ganz so gefällt seht einfach den ersten Part als fertige Theorie an und das wars. Aber hier kommt jetzt Part Nummer 2 und jetzt wird's verrückt. Kuma war also mal der König des OB Königreiches. Irgendwann hatte er was mit einer Sklavin oder Bediensteten und da dies nicht gern gesehen war wurde er verbannt. Er lebte mit der Bediensteten und der daraus entstandenen Tochter außerhalb des OB Königreiches. Bei welchem ich glaube dass sie sich im South Blue befindet dazu aber später mehr. Irgendwann in dieser Zeit begann die Marine nach Rogers Kind zu suchen. So suchten sie den gesamten South Blue ab wie auf Bastillery wo Ace geboren ist. Aber sie suchten zuvor auch schon im OB Königreich und deshalb gehe ich davon aus dass sich das OB Königreich im South Blue befindet. Wir wissen nicht wie lange die Marine nach dem Kind suchte. Ob einen Tag oder mehrere Jahre. Auf ihrer Suche fanden sie irgendwann Bonnie als Kind und ihre Mutter. Bonnie besaß zu der Zeit schon ihre Teufelskraft und sie war zwar nicht das Kind nach dem sie suchten aber sie hatten eine brauchbare Kraft gefunden und so nahm sie Bonnie mit. Die Mutter die dies nicht zulassen wollte wurde aus dem Weg geräumt. Als Kuma wieder nach Hause kam fand er seine fast tote Frau vor die gerade noch sagen konnte dass die Marine dahinter steckte und sie ihre Tochter mitgenommen hatten. Aus Wut wurde er Pirat und er war ein Tyrann der viele tötete aber nur Regierungsleute und Marineleute denn diese hasste er weil sie seine Tochter entführt hatten und dies brachte ihnen den Ruf des Tyrannen ein. Doch wie komme ich dazu? Bonnie ist nach der echten Piratin Anne Bonnie benannt. Anne Bonnie war die Tochter eines Anwalts und seiner Dienstmagd mit der er seine Frau betrog. Zu der Verbindung mit Ace vom Alter her würde das ganze passen. Ace starb mit 20, so wäre er nach dem Timeskip 22, aber er war 20 Monate im Bauch seiner Mutter also wäre er tatsächlich sogar 23 und Bonnie ist laut Oder geschätzt so um die 24. Das heißt je nachdem wie lange die Marine nach Rogers Kind gesucht hat, wäre es möglich dass Bonnie schon am Leben war bzw. möglicherweise sogar schon ein paar jährchen älter war. Eine weitere Parallele die dazu führen könnte war das Podcast die Rouge sagte, wird es eine Tochter, nennt sie sie Anne wie Anne Bonnie. Vielleicht ist das einfach ein Foreshadowing seitens Odas um somit eine Verbindung von Ace Geburt und Shuri Bonnie zu knüpfen. Vielleicht geht das ganze aber nochmal ein bisschen weiter. Mütter erzählen ja gerne zu anderen Frauen bzw. zu anderen Müttern über ihr Kind. Vielleicht hatte Rouge ja im Gespräch mit anderen Müttern verraten, dass wenn sie eine Tochter bekommen würde sie sie Anne nennen würde. Die Marine hatte irgendwann einen Tipp bekommen. Eben genau diesen Tipp das Rouge vorhat wenn es eine Tochter wird ihr Kind Anne zu nennen. So suchten sie den gesamten South Blue ab nach Kindern mit dem Namen Anne im ungefähr richtigen Alter. Und so könnten sie vielleicht auf Jewelry Bonnie getroffen sein, denn vielleicht hatte auch Jewelry Bonnies Mutter die fixe Idee ihre Tochter Anne zu nennen. Und wie wir wissen ist Jewelry Bonnie im South Blue geboren. Wenn sich meine Theorie bewahrheitet, heißt es also dass das Sorbet Königreich sich ebenfalls im South Blue befindet. Kuma hat sich über die Jahre einen Namen als Piraten gemacht und wurde irgendwann sogar ein Samurai der Meere. Aufgrund seines Verlustes vergrub er sich um seine Trauer zu überwinden in die Religion. Darum trägt er eine Bibel mit sich. Denn wie wir wissen, wenn Menschen traurig sind, fangen sie auf einmal öfters an an Gott zu glauben, um ihre Trauer zu überwinden, um Hoffnung zu bekommen. Als Samurai war er in Mary Jewelry See, die Weltregierung suchte indes nach weiteren Menschen für ihre Cyborg Experimente. Vielleicht sah er da Bonnie und die Marine wusste möglicherweise, dass Bonnie Kumas Tochter ist. Auf jeden Fall machten sie ihm ein Angebot, wenn er seinen Körper als Versuchsobjekt zur Verfügung stellt, würden sie ihr nichts tun. Und selbst wenn die Marine nicht davon wusste, dass Bonnie Kumas Tochter ist. Vielleicht hatten sie einfach bemerkt, dass er sich um Bonnie kümmert und haben ihm deshalb dieses Angebot gemacht. Bonnie wusste nicht und weiß bis heute nicht, dass Kuma ihr Vater ist. Und das ist das tragische an dieser Geschichte. Und dann ging die Geschichte so weiter, wie in der ersten Hälfte der Theorie erzählt. Wie alle Samurai der Meere erfuhr er von den Revolutionären. Vielleicht suchte er nach ihnen oder stieß zufällig auf sie, aber um Menschen das gleiche Schicksal wie ihm selbst zu ersparen, schloss er sich geheim diesen an. Das war aber alles erst nachdem er Bonnie befreite. Deshalb schickte er sie nicht direkt zu den Revolutionären. Was haltet ihr denn von dieser Theorie? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wenn sie euch gefallen hat, teilt sie gerne irgendwo anders. Lasst einen Daumen nach oben da. Über ein Abo freue ich mich natürlich immer wieder gerne. Denn seit meinem letzten Video haben wir endlich die magische 100 Abonnenten Grenze geknackt. Wupp wupp. Danke an alle schon mal. Ja und ich hoffe wir sehen uns auch bei der nächsten One Piece Theorie wieder. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und haut rein. Ciao. Ciao.